was ist da los jetzt will ich aber mal pokern alter alter man kann sogar wirklich spielen alter das mache ich jetzt mal ich mache jetzt mal eine runde ja komm scheiß drauf ich kenne das spiel nicht aber ich habe die kohle ich kenne das ich kenne das spiel echt nicht also ich spiel einfach mal was jetzt ok oh nee warte also ich kenne das spiel nicht also ihr könnt mir mal in die kommentare schreiben was das für ein spiel sein soll was so am haus hat drei gleiche also die ich jetzt raus schiebe die haben nichts mehr damit zu tun ok also könnte ich jetzt theoretisch den rauss schieben und den rauss schieben ja und ob ziehen gehen ok ja da schon wieder drei gleiche was sind das bitteschön für eine scheiße ok na dann habe ich halt verloren scheiß drauf bis halt reicher geworden ich höre mich nicht jucken ey süße lass mal sehen ja also der schurg hat echt gute arbeit geleistet muss ich sagen also die können das richtig gut das ist nicht mehr matur und so auch da oben ist was ich hier wird blinken ich sehe was blinken da ist ein triss nur 5.000 ich glaube ich schwimme ich fahr mal zurück ich glaube ich jetzt mal das boot weil ich habe nämlich kein bock noch mal nass zu werden legen sie mit einem boot mit einem boot an indem sie bin dann eher eine stocks halten so weil da ist mal voll dagegen gehauen alter hier ist ein dock oder als würde ich anlegen er springt raus wie eine pussie die polizei man ich hab dich auch lieb los musste ich jetzt mein auto zurücklassen kann ich hier mein ja so ich wollte schon sagen ich kann mir eine fahrkarte holen aber ich werde mir jetzt erstmal einen snack holen und gekonnt und gekonnt ja alter 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 er holt aus dem nichts ja so da wollen wir mal 800 meter wieder zurückfahren gibt es ein auto was parkt nix kein auto nichts gar nichts ja da ich fahr jetzt einfach mal auf der straße und es kommt kein auto doch da ist alter komm das können doch nicht alle so eine dreckskahn sein ey guck mal wie versorglich die alle bremsen f*** fuck juhu dubstep was ist da los ey dubstep was ist da los ey also und das soll dubstep sein na ich weiß ja nicht mal gucken was das für ein schöner radio sender ist ja so nee nee na doch wir machen die jetzt wow fuck you so was geht denn hier jetzt ab lasst mal lasst mal lasst mal hey man wait you won't believe what those assholes did who those guys are top glamour they f*** with me i brought them another load of watches they were supposed to give me 200.000 for them instead they give me this hunk of shit i don't even know how to ride this thing i'd push it here calm down give me the bike i'll get you your money what are you gonna do same thing i always do jackie wie nochmal das gleiche hey alter motorrad junge ruhig dich drecks motorrad alter ich hasse motorrad fahren das habe ich schon bei gda 4 hast jetzt hätte ich fast 5 gesagt so hier ist so ein so ein ding ja ja ich geh da gleich hin ding 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 wie er nochmal schön gas gibt alter was da los sei ja also echt wirklich motorrad da in so ein spielen ist echt gefährlich muss ich sagen ja guck dir das doch mal an hier ganz schlimm ey jetzt gibt es bestimmt gleich schläge oder so hundert oder tote aber hier ist nochmal so ein ding das tun wir uns jetzt so sie flaschen das gebiet man komm geh mal weg hier ich will jetzt ja ja gesundheitsschrein gefunden maximale gesundheit erhöht so das kästchen holen wir uns auch noch ja dumm dumm nochmal 5000 siehst du hier haben wir schon mal wieder unsere 2300 drin das ist doch vom feinsten einfach nur so geld finden auf der straße am besten noch so 5000 euro ja denn man ist glücklich man ist einfach glücklich ja nur der scheiß ist wenn man hartz 4 empfänger ist muss man den kack melden ja ich bin es nicht mehr ich frage mich aber warum ich hier mit motorrad hinzufahren muss ey das gefällt mir gar nicht das gefällt mir gar nicht das ist nicht der Mann was willst du? mein Freund Jackie sagt mir dass du ihm ein bisschen Geld verdienst du sitzt da und wo gehst du mit dem starken Arm mit mir? ich weiß dass du ein Mann bist und ich weiß dass du ein Mann bist willst du sehen wer deine Kinder zuerst töten? f*** dich kill him kill him kill him war klar also ich werde so fehlen sage ich euch kill him kill him kill him lol was war das grad eben uernd Okay. Ich hab in den Köpferraum mit dir Digga Jetzt gibt's Gas Meine Karre fährt 200 Schen Die schießen aufs Auto Und die wissen aber, dass... Oh, komm Be quiet Look, maybe we can make a deal Yeah Fick schnitten, Alter Komm Wieso kann ich nicht das... Erstmal schön in die Gasse... Aussteigen Ey, wieso kann der nicht... Während des Fahrens anrufen, ja? Ein bisschen zu schnell um die Kurve Jetzt hat er trotzdem noch einen Kratzer Ja So ne Scheiße Meine Kaucher Echt? Wirklich? Soll ich das nochmal? Oh, die Karnen liegen sogar wirklich noch da Wee Hey Get me out! Shut up! Digga Das sind mal ja Stunts hier, ja Ey, wenn wir hier langfahren, kommen wir nicht an Wir müssen da auch Jetzt fängt das schon an mit Regnen Ich mach keinen Schwärmfehler Ich brauch keine Bullen jetzt Es regnet ja, deswegen rutsche ich so komisch Ist klar Ey, was das ja auch pisst Das pisst auch wie in Ström Sag ich euch Da steht ne Kappe drinnen Erstmal Licht anmachen Let me out of here I fucking shit myself Fucker Hey, let me out of here, you fucker My people are gonna cut you into pieces, you hear me? You hear me, you fucker? Here's your guy Hope you still want him But I don't want this coming back to bite me in the ass I'll take care of it Where he's going, he won't be in a position to tell anyone Hey, I can hear you What the fuck are you doing out there? Open the fucking truck Hey, show the lady some respect Au Er hat sich eingeschissen und kriegt nen Asthmaanfall Weil er sich eingekackt hat Das ist ja mal ziemlich nice, ne? So 60.000 hab ich dafür bekommen Und das war nicht das Ende Der